Sie stehen einbeinig auf dem EREX Balance Pad und passen den Ball mit verschiedenen Techniken zurück. Sie können den Ball auch mit mehreren Kontakten hochhalten und dann erst zurückpassen. Haben Sie keinen Partner, können Sie den Ball beispielsweise gegen eine Wand prallen und sich somit selbst anwerfen. Alternativ können Sie auch zwischen den Passeinheiten eine Fußgelenksarbeit einbauen. Zur Steigerung des Schwierigkeitsgrades stellen Sie sich auf das Multi-Shapeboard.